ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer der tiberium konflikt remastered edition auf seiten der not ganz genau liebe leute und wartet mal ich muss mal gerade hier licht an machen ist doch dunkel geworden weil ich nehme das tatsächlich direkt im anschluss auf hier und genau so dann sehr gut leute dann würde ich mal sagen wenigen fabrik ich brauche hier unten nämlich ein obelisken heute ich brauche hier unten ein obelisken was hätte ich denn da hoch du scheiße seit ich in der bauen ein radar man ich habe noch ein radar gebraucht naja jetzt habe ich natürlich kein geld um den bauch zu reparieren ich brauche unbedingt nobelisken ja liebe leute wenn man aber letztlich hier in der letzten mission und haben hier auch übergesetzt kann man sagen das ding fährt da immer noch rum ich werde verrückt ich werde nicht wer gut dann macht die halt wieder doch erwartet mal schießt doch auf den grenadier ja jetzt mal brauche ich noch nicht mal brauche ich noch nicht war es einfach hier reparieren weil er kommt gleich mit dem mammut an der kommt gleich mit dem mammut anliebe heute da oben die mannigen fabrik brauche ich nicht mehr dann könnt ihr aber bitte bei der basisverteidigung helfen ja sehr schön hör doch auf was bist du sagen dass sie für doch auf so dann kommt er jetzt ja hier angeschissen so das schiff ist weg sehr schön wunderbar leute oh mein gott das klappt das klappt sehr schön dann wenn wir es endlich nur liste bauen hier ach du kacke reicht das wieder nicht oh gott es reicht wieder nicht warum reicht das denn wieder nicht warum reicht hat nicht das ist zu viel ich muss mal gerade ja leute da tut mir tatsächlich leid dass ich jetzt hier man von direkt wieder so abfehle aber es ist halt extrem viel was hier gerade ankommt hier unten und ich muss den direkt hier aufbauen so und dann energie muss ich direkt auf den obelisken gehen muss direkt auf den obelisken gehen ja energie hier oben hin so dann radar dann die fünf bitte ihr könnt da ja ein bisschen helfen oder ihr könnt ein bisschen helfen oder oder auch nicht obelisken direkt tatsächlich da muss ich dann hier unten abstellen noch vor der waffenfabrik das ist sehr interessant aber ist halt so die wollen das nicht anders so liebe leute dann haben wir auch schon genug zeit jetzt das flugfeld zu bauen sehr gut und ja liebe leute dann froh ich bin dass wir wieder hier eingeschaltet habe natürlich wie immer und er schaut dieses projekt nach wie vor finde ich super jetzt kriege ich meine hochschrauber so der mammut der muss weg der scheiß mal wo der muss weg leute er muss weg so schön oh nee danke danke penner wirklich danke das habe ich wieder dieses das gleiche problem obelisk so sehr gut einfach drüber ja oder keine ahnung fahr da drauf fahr da drauf sehr gut okay gut dann lasst sie da drauf schießen ich brauche jetzt diesen obelisken hier ich brauche ich habe jetzt kein kein geld fürs reparieren ja ist ja gut und verkauft das so ach nein jetzt habe ich danke was ein pass ein sack echt was ein sack so jetzt kommt dann natürlich angeschissen hier nein ich habe schon wieder verkackt ich glaube es nicht sagt mal was ist denn dort was ist denn dort ja toll kann das sein dass ich mich sogar neu starten muss kann das sein auch jetzt bau den doch auf man so radar jetzt zumindest mal den schiff da wegkriegen so und ihr helft noch ein bisschen so sehr schön ähm ihr fünf nach unten so ach quatsch ostkraftwerk so und ihr helft bitte mach den im arsch mach den kaputt okay der ist gleich fertig okay gut äh obelisk so dann muss ich hier irgendwie klarkommen jetzt ne die sie das kann ich echt verticken so produktion ein bisschen am laufen halten hier so der steht da muss ich eigentlich direkt noch einen bauen ne bevor ich hier irgendeine waffenfabrik baue muss ich hier tatsächlich noch ein noch eine noch eine obelisten bauen ja das ist richtig krass so aber das ist das halt was die hier von mir ab verlangen ne so da ist der hubschrauber die mannequin kann ich mal mit nach unten ziehen das ist okay so alles klar so so diesmal nicht kollege diesmal nicht hier diesmal nicht so und kaputt machen so sehr schön kann ich den verticken wo kommen die denn jetzt auf einmal her die mannequin da unten so zwei oberlisten jetzt hier dann kann ich die basis ja jetzt hier die kann ich jetzt proaktiv platt machen ne wartet mal wartet mal ich muss das reparieren da unten so danke ja danke du Arsch echt danke du Arsch ja gut okay ähm kriegst du ihn kaputt? versuch das mal ansonsten muss ich jetzt tatsächlich hier ja sehr verständlich flugfeld brauche ich unbedingt leute der macht sogar ordentlichen schaden da muss ich sagen so sehr schön ich habe hier unten zwei pfanzer ich habe hier zwei türme wartet mal geht mal zurück der kriegt ihn kaputt ja geiler bürger echt geil hammer bürger so dann muss ich jetzt mal gucken so kommt der jetzt angeschissen hier oder was da ist der mammut so sehr schön und weg damit weg mit den invasoren und hier auf die mannigen genau und bam ha sehr schön ich habe einen standbein hier unten Leute alles klar ähm ja der weg ist halt sehr lang äh eigentlich brauche ich eine raffinerie hier unten aber warte mal das sieht doch gut aus ach schön mit act of instinct das bringt uns doch immer glück muss ich sagen act of instinct ist immer geil so dann zieh diesen mammut mal bitte hey was 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 da wamm sehr schön so der mammut wo fährt der hin der mammut der soll mal gefährlichst mal hier reinkommen jetzt komm her komm her blöder mammut so komm rein hey komm rein hallo ja gut schieß auf die mannigen dann kriegen wir den auch so kaputt ach geil schaut mal da weil er so blöd ist und das auf die mannigen schießen muss komm schon komm schon komm schon okay was kommt da jetzt schon wieder was 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 macht der sammler will ich da wieder sammeln hier überfahrt ihr einfach was machst du sammler bam hier so jetzt keine chance mehr kollege wo schaut man da da der hat da direkt einen turm stehen heavy Leute heavy ja gut und die die zwei bauhöfe brauche ich eigentlich auch nicht ne den kann ich eigentlich verticken so dann kriege ich jetzt die verstärkung und die bürger nehme ich auch mit diesen gar nicht mal so schlecht gut dann hier und hier unten eine raffinerie bitte so dann speichern weil das sieht gut aus einmal alte grafik so oh man Leute das sieht echt übel aus lieber besser so okay zack so dann mannigenfabrik habe ich noch nicht ne traurig auch nicht ne was sind da jetzt für frauen draußen hallo Leute es ist nach 10 ausgangssperre und so naja gut wahrscheinlich geimpft oder so naja gut gut Leute dann würde ich sagen brauche ich hier noch eine raffinerie da können wir ja noch tatsächlich mal nach an erkundung denken hier so gar nicht mal so schlecht war beim sehr gut scheiße hat will der denn so der hier oben der kann nämlich in ruhe sammeln das ist echt geil und dann habe ich gleich tatsächlich drei sammler und drei raffinerie so dass die bürger mal raus da und so habe ich das bei den drei sammlern kann schon ein notbot bauen hier zur erkundung liebe leute und weil für das ding brauche ich da definitiv was schnell ist ähm oh fuck und noch ein luftangriff ja das war es dann och du scheiße doppelter angriff das ist übel doppelter angriff oh man und sammler überfahr die bitte überfahr die einfach einfach drüber einfach drüber du bist meine letzte basisverteidigung hier ey okay die beiden schützen sind weg hallo so okay dann zurück was zur genau jetzt kommt er mit dem mammut an oh nein dieser sack ey boah dieser penner leute wartet mal ich brauche den obelisken wieder hier was war das denn wieder so ähm und mach den weg ey so puh puh leute okay hätt ich jetzt auch ein paar mädchen gehabt ne aber gut alles klar wir haben es überlebt tatsächlich ich hab zwei Transporthubschrauber wie geil wie geil jawohl so das passt doch dann dann habe ich doch wieder alles hier mensch gti was seid ihr so hartnäckig hier so genau ähm nein notmod ist natürlich wieder weg ist klar aber gut liebe leute ist halt die letzte mission ne die muss halt schwer sein so ähm dann kann ich aber erkunden genau da ist nämlich sogar schon diese so ein kleiner vorposten hier okay kommt er direkt mit orcas an was zur was zur hölle ey kommt er direkt mit orcas angeschissen na gut dafür ist hier aber jede menge gilt tatsächlich wow okay die haben hier gut aufgerüstet muss ich sagen so ähm sehr gut na toll oh okay dann äh brauchst schnell Gummipanzer wuss hörst du auf so der hat hier eine Basis ähm verstärkungen sind eingetroffen ach da okay ich hab den gar nicht gesehen da ey so ich einfach weiter meine Gummipanzer jetzt hier und wartet mal das hier unten sind ja nur Gebäude ne ja dann weiß ich was ich mache oh man zieh die bitte durchs oh Gott was machst du denn was macht denn der Penner ach Leute ja genau jetzt kommt der angeschissen hier ist klar Mensch ey das kann ja wohl nicht wahr sein so neun Sammler hier gib mir neun Sammler so der mit seinen komischen Angriffen da oben mit seinen komischen mannigen spawnern ey so verwehe mich doch einfach nur nerven damit wartet mal ganz ehrlich ich brauche mal zwei Flammenpanzer ähm für diesen Vorposten hier unten ja ganz genau ja dann hau ihn weg ey so was zur so warum das denn jetzt so blöd guck doch wer mit einem Orca auf beide Sammler das kann ja wohl nicht sein so Leute dann Flammenpanzer bitte Mammutpanzer bleibt da unten ja nein 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 ok 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 sogar mit Orcas noch ähm Fuck 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 so dann kommt er zu drei Dings Drei Raketen So Boah ist der hartnäckig Och ist der hartnäckig ey so Fackel der Erleuchtung so Och scheiße wartet mal Die Kohle hier unten reicht nicht lange. Die Kohle hier unten reicht nicht lange. So. Dann kommt er jetzt gleich wieder mit dem Orca angeschissen. Wann kommt der Trigger? Jetzt. Okay. Jetzt. Dann, Mannigen, komm mal bitte entgegen. Komm mal bitte entgegen. Und schießt Luft da. So. Okay. Dann hole ich ihm jetzt zumindest erstmal die Orcas vom Himmel. Und Luftangriff schon wieder. Was ein Timing von dem, ne? Was ein Timing. So. Mach den Orca platt. So. Puh, ey. So. Was ist da, was? Die Hubschrauber, die nerven hier. So. Boah, was eine Mission, Leute. Was eine Mission. Kommt er mit Mammuts an. Jetzt kommt er mit allem an hier. So. Boah. Das Übel, ey. So, was ist der Mammut da mal weg? So. Sehr schön, Leute. So, dann nimm die Männchen zumindest mit. Der hat da schon wieder welche. Ich sehe das doch da. Schon die Männchen mal mit. So. Sammler. Fahr die Platte hier. Fahr drüber. Sehr schön. Schön im Wasser Move hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, dann bau bitte zwei Flammenpanzer nach. Weil damit werde ich nix reißen mit denen. Die sind ja direkt kaputt. Hört mal. Der hat noch einen Orca. Ah, gut, okay. Der hat noch einen Orca. Wie viele Orcas hat der denn? So. Das schaffst du nicht. Tschüss. Back with dem. So. Liebe Leute, dann nimm ich ganz gerne noch mal ein neues Not-Mod. Der hat dann noch einen. Der baut nach, ne? Der baut die nach, der Sack. Der Sack baut die nach. Einheit verloren. Aber, der hält da die Stellung. Dann mache ich ihm jetzt hier seinen Vorposten platt. So. Sehr schön. Die Energie. Und bam. So. So. Dann hier schießt doch. Oh, Mann. Ja, gut, aber das schafft der. Der schafft das. Komm. Komm, den schaffst du. Sehr schön. Wer macht den Turm platt? Okay, Leute. Ich hab den Vorposten. Na, der baut die nach, die Orcas. Interessant. Der baut die echt nach hier. So, macht den Radar platt. Bevor der Orca kommt, Mann. So. Zum Glück ist der blöd. Sehr schön. Alles klar. Ähm, wo ist mein Notmod? Da ist es. Sehr schön, liebe Leute. Und, ähm. Ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor ihr gefällt. Oh, Mann. Was ist so? Oh, oh, oh. Da ist direkt eine Basis. Okay. Eine Basis, wo der immer Orcas nachbaut. Höchst interessant. Dann fahr die mal platt da. Nein! Nicht aktiv sein. So. Gut, dann brauche ich mal weiter meine Gugipanzarmee. Ja, ist klar, Leute. So. Ich könnte eigentlich... Wartet mal. Neues Notmod. Ich will ja wissen, was er noch hier auf der Karte hat, ne? Ja, komm. So, Alter. Ich glaube, hier ist das Beste wirklich die ganze Zeit, äh, einfach, äh, Gugipanzer zu spammen hier. Ja, klar. Das Notmod ist mit einer Rakete... einem... einer Rakete platt, ey. Die Not-Einheiten, und die sind auch echt so sinnlos. So, aber... Wo fährt der jetzt hin? Sammler? Bleibt mal bitte hier. Ich möchte mal gerade... Tiberiumfelder absichern. So, ähm... Ja, bam. Weg mit dem Scheiß. So. Oh, um Gottes Willen, ey. Zweimal Verstärkung? Warum habe ich denn jetzt zweimal Verstärkung bekommen? Warum kommt der jetzt hier so angeschissen? Was habe ich ihm getan jetzt? Was habe ich dem jetzt getan? Ich bin einmal mit dem Motorrad hierher gefahren, ja, aber das kann doch nicht sein, dass du mir das so übelnimmst, ey. So, mach die alle platt. So, dann ist da der nächste Eingang. Oh nein, fahr doch. Wie unfähig, muss man sagen, äh? Wie unfähig kann man sein? Ja, mach du noch schön hier meine Gebäude platt. Äh... Kein Plan. Ähm... Ich muss gucken, wo hier noch Tiberium ist. Hat er wieder zugeschlagen mit seinem Ionenschlag. Oh, hier ist gar nicht so viel drin. Da hat er wieder zugeschlagen, okay. Ja, toll. Ich habe nur hier oben das... Die Kohle, ey. Die beiden Sammlerionen sind jetzt nützlos. Ja, da verkauft die eine. Ja, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Bababam. So. Ich habe hier kein Geld, ey. Warte mal. Bevor der mich da nervt, überfahren die einfach. Mach den Knochenbrecher. Klatsch. Oh Mann, liebe Leute. Ja, ich hoffe, dass ich diese Folge nur die Hälfte von dieser Mission weil hier kein Geld mehr ist. Was ist denn das? Hier ist kein Geld mehr zum Sammeln. Ja, jetzt kommt er mit seinem Kack Orca da an. Hört doch auf. Ja, wartet mal. Bauen wir eine Flak. Bauen wir eine Flak, zieht den Orca da rein. Der nervt mich. Der nervt mich. Der hat den wieder nachgebaut, ne? So, dann mach schneller. Dann stelle ich ihm jetzt da eine Flak hin. So. Dann hör auf. Und tschüss. Sehr schön, danke. So, dann. Habe ich jetzt auch hier wieder eine Verteidigung. Und ja, die Folge ist voll, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, speichere ich das mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählst gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss. Tschüss.